Yo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima! So weiter geht's! Ähm, so. Äh, hab ich das noch nicht ausgewählt? So, jetzt hab ich's ausgewählt. Hüya! Ja, mach ich mal zurück. Dann komm mal zurück. Gäste, wer ist dreams? Es ist Besuch, ist jemand. Sintay! Lägg! Lägg! Genau! T frontal! Gäste! Ja! Lägg! Lägg! Reise zum Flüchtlingslager. Da ist meine Blume. Herr Sakai, wie schön euch zu sehen. Yon Shin, ich hätte hier mit euch rechnen müssen. Wie kann ich euch dienen, Herr? Kennt ihr euch hier gut aus? Ich habe all diese Lager eingerichtet. Sagt euch diese Karte irgendwas? Wir geben sie den Karrenfahrern, die Nahrung liefern. Sie zeigen, wo die Lager sind, damit alle versorgt werden. Ist das Blut? Ist etwas davon nicht eines eurer Lager. Ich höre Gerüchte, dass sich unsere Leute bekriegen in Ariake. Verräter bedrohen unschuldige Leute. Sie ermordeten die Frauen und Kinder von Klana Dachi. Ihr könnt sie zur Verantwortung ziehen. Diese Karte zeigt Ariakes Leuchtturm. Wir haben keine Lager dort, aber man sagt, Banditen wären gekommen. Keine Banditen. Etwas Schlimmeres. Fürstin Masako ist eingetroffen. Sie spricht sicherlich lieber mit euch. Ach da. Was habt ihr erfahren? Das Oberhaupt von Kutta könnte am Leuchtturm sein. Den hat der Adachi-Clan für Ariake gebaut. Der Verräter kennt keine Scham. Sadao hat Leibwachen um sich. Wir kommen nicht unbemerkt an ihn heran. Gut. Der Verräter soll gerade genug Zeit haben, sein Schicksal zu fürchten. Dann los. Einiges kennt ihr vielleicht noch nicht. Ah, ich hab nicht genug. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Ach, scheiße. Leb wohl. Ah, ich hab nix. Ich helfe immer gerne, mein Herr. Warum hat Sadao euch verraten? Ich war ihm vor, Reis zu stehlen. Aus Profitgehe, während unsere Leute hungern. Ihr glaubt, er steckt hinter der Reisknappheit in Kutta. Ich konnte es nie verweisen. Doch es war verheerend. Ich wusste, er verbirgt irgendetwas. Schurken können ihr wahres Wesen gut verbergen. Draußen sind Wachen. Der Feigling versteckt sich ganz oben. Sadao! Euer Kopf gehört mir! Oh, shit. Oh, shit. Oh, was? Wer ist raus? Oh. Okay, es wird nicht ganz einfach werden. Oh. 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 Oh, das ist weg. Oh. 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 Oh, ich hab' diese Kassebogen. Oh. 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 Fuck, ich hasse dieses Pfeil, ich hasse dieses Pfeil. Scheiße. Nein, falsch. Falschen Gegner attackiert. Du sollst den Gegner attackieren, den ich will. Du sollst den Gegner attackieren, den ich will und nicht den Gegner, den du meinst attackieren zu müssen. Das Problem ist bei ihr, sie schreit direkt los, statt dass sie irgendwie ein bisschen versuchen Stealth hinzukriegen. Sie schreit direkt los, ich verstehe nicht warum. Mädels, bleib ruhig. Scheiße. Ich hab kein brennendes Ding mehr, oder? Ich hab kein Dings. Ich hasse diese Attacke, ich hasse es, ehrlich. Ich bin falsch, ich bin falsch abgebrochen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich hab kein Kunai, gar nichts. Das bringt mir nichts, er hat auch nichts. Das wird nicht einfach werden, gar keine Frage. Scheiße. Scheiße. Ich wollte ein bisschen Hilfe, guck mal wieviel sie da sind. Scheiße. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, fick diese Attacke. Leck mich am Arsch, Mann! Ey, diese scheiß Sperrkacke. Ich muss mich so viel sinken. Geh die f*** auf, du b****. Okay, 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 okay. What the f***? What the f***? Jesus fucking Christ, Mensch. Oh, du Scheiße. Wie kommen viele Gegner, die da oben sind. Scheiße, Alter. Wieso sind wir so viele haben? Na, cool, im Lett. Scheiße, wie der bewirkt sich, dieser Bastard. Was scheißest du mich jetzt? Irgendwie verarscht ihr mich jetzt komplett, das geht doch gar nicht. Jetzt ist aber, weil sie mich jetzt komplett verarschen, wieso ist er nicht tot? Wieso leben die denn alle? Ich verstehe das nicht. Ah, f*** die Hände hoch. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht so viele. Das ist so viele, viele. Ich verstehe das. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Wieso ist das jetzt gerade so? Ach komm, hör auf, Leute. Ey, ich schieße die mit einem Pfeil weg, es passiert nichts. Ich erschieße die mit einem Pfeil, es passiert gar nichts. Wie kann das denn sein? Wenn ich die mit einem Pfeil erschieße, ist dann nichts passiert. War ja das, aufpassen. Ich check das nicht. Er bleibt irgendwie auch noch im Leben, weiß Jesus warum? Ich check die Situation nicht. Das ist mein größtes Problem. Leck mich am Arsch, wir sind scheißfeuer. Ich schaue. Ich meine, wir sind jetzt gerade so. Alter, mich verarscht. Was ist denn los jetzt? Ich check die Situation. Ich verstehe auch nicht, warum sie so schreit, wie sie das tut. Ich check das null. Mädel, halt doch die Krippe. Ich schwöre, ich hasse dich. I really do. I hate you. Der Feindling ist noch hier. Ich weiß, wer ist das? Das beugt er. Alter, passt auf die Deckung! Wieso ist er nicht tot? Jesus Christ, haltet wie viel Feine muss ich denn da reinjagen? Ich weiß, wie viel Feine kommt. Ich weiß nicht, dass ich die Explosion im Haken schreit. Oh nee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass man mußt. Das ist die Beste, ich weiß nicht, ist das für ein zuhörter. Ich schreie, ich will nicht. Oh nee, ich weiß nicht. Das ist die Zwei. Das ist eine Defensionante. Das ist eine Fett-Richtung. Das ist eine Wunders��ferung. Oh, 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 oh. So, zwei haben wir noch. So, jetzt aber. Ich lasse ihn nicht vorbeikommen. So, dann haben wir noch die beiden da, die drei oder vier, was ist das? Ich gucke mal, ob ich irgendwo Pfeile kriege. Aber ich habe gar keinen Pfeil mehr, ich habe alles verballert. Das Problem ist, dass sie schreit, dass sie geschrien hat, das ist das Problem. Statt, dass ich jetzt irgendwie Versuche Stealth hinzukriegen, weil zumindest im Ansatz Stealth kann ich es vergessen. Ich habe auch keinen Cooler, gar nichts, ne? Shit. Okay, wird nicht einfach. Definitiv nicht. Komm ich da irgendwie runter? Hopp. Ah, die geben ich sowieso. Ich komme mit. Oh, yeah. Okay. gut runter. Ich habe einen Pich. Ich habe eine Pichs. Gehen! Anni, bis sie nicht. Ach so, jetzt bist du schon oben, wir werden dir die Drecksarbeit machen. Gut so. Er half all meine Liebsten zu töten. Und wofür? Um seinen elenden Hass zu stillen. Als die Mongolen die Samurai besiegten, wollte ich mit ihnen sterben. Ich stürzte mich wissentlich in eine verlorene Schlacht. Es war... ...leichter. Wie lebt ihr weiter? Ich denke an die Leute, die ich schützen und die Toten, die ich rächen muss. Dass Sadau tot ist, wird der Verantwortliche erfahren, dass ich lebe und ihn jage. Er wird Angst bekommen, einen Fehler machen. Seid vorsichtig, Masako. Ihr auch. Ihr seid nun ein Teil davon. Wir finden die anderen Verräter auf der Liste. Doch zuerst müssen wir meinen Onkel retten. Ich bin auf dem Kaneda gehöft, falls ihr mich braucht. Ich bin auf dem Kaneda gehöft. Sooo, was haben wir denn jetzt noch alles offen? Ist ja gar ein Tempel, das ist klar. Ich mach jetzt mal das hier. Was ist denn das? Fuchsbau. Gucken wir uns später mal an. Ähm, was ist das? Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir machen das hier, weil das unmittelbar in meiner Nähe ist. Jetzt krieg ich 10 Line-Erweiterungen der Legende. Wenig, aber trotzdem. Egal. Ich finde die Brücke zwischen Yoshi und Ariake. Ich verbräuchte jetzt doch kein Pferd, das ist nur ein paar Meter, das ist nicht. Das glaub ich sowieso, dass es jetzt neben ist, was wir jetzt machen. 40, 30, das sollte hier irgendwo sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Seid tapfer, Banta! Wir retten dich, mein Junge! Hört auf, ihr Bestien! Mein Herr! Sie belagern die Brücke! Sprecht! Wir waren auf der Flucht in Siyoshi, Heilbert. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Banta! Der Sohn meines Bruders! Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Vor allem für eine Hirschi-Schlucht. So, ich muss doch jetzt gucken, wo wirklich was ist. So, ich kapiere es. Drei weiter sterben! Deine Familie überlässt nicht den Tod! Okay, wartet. Okay, wartet. Okay, wartet. Hör auf damit. Äh, ich muss irgendwie hier runterkommen. Was? Oh! Oh! Jin! Wir schauen ihm in die Augen. Mit Mut! nur ein feigling schlägt aus dem schatten zu vergeht mir okay ok da sind mehr Ah, 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 ah Was ist da? Warte mal was, was, was? Ich hab noch einen, wo kommen die anderen wieder hin? Was, was? Nein, das weiß ich nicht. Kannst du nicht zufern? Mit der Masse weiter rausschauen! Was ist das, jemand? Ja, was hat ich nicht vorher gesehen? Oh sch... Ich habe dich nicht vorher! Ich hätte ein Feuer sehen sollen. Ich glaube, hier ist keiner mehr, oder? Ich habe ihn nicht mehr, oder? Tauch! 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 Was ist bereit? Was ist das? Tauch! 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 Was ist denn da der Bussin von Voh? Von Voh, von Voh, von Voh. Oh, was ist der Bussin? Was ist das? Was ist ein Bussin von Voh? Da ist noch einer, der leckt mich am Arsch, ich seh die alle gar nicht. Das ist mein größtes Problem, ich seh die alle gar nicht. Ich krieg alles, wenn es zu spät ist. Ich hab nur noch diesen einen dahinten, ne? Da ist noch einer, ja. Gehen wir mal drüben. Das machen wir mal ganz schnell fertig. Ich hab den echt nicht gesehen, ich weiß nicht wieso ich den nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich den übersehen habe. Der ist irgendwo links hier, ne? Da geht's. Da geht's. Und an alle. Jetzt für den Jungen. Und an alle. Ich bin nicht zufrieden. Das ist der Fall. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Das ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr. Die Brücke ist sicher. Die Mongolen sind fort. Haben sie geschrien? Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Hirschi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke. Easy work, du. Hey, wir haben's echt den Wupp von dir. Da ist man eine Verteidigung. Muss ich mal gucken, was das ist. So. Ja, find ich dämlich. Na, jetzt können wir's mal so lassen, auf jeden Fall. Äh, was wir allerdings machen. Ja, ich weiß, diese Leiste ist... Rauchbomben blenden Gegner vorübergehend, die von ihrer Explosion betroffen sind. Aus denen bleibt der Rauch länger bestehen, bevor er sich auflöst. Perfekt. Take it. So, was wir jetzt machen... Boah. Boah. Ich kann irgendwo auf der Schnellreise hin, ne? Okay, das bringt mir ein bisschen weiter. So liebe Leute, ich mache mir hier einen vornen Break, bis dahin, haut rein und tschüss. Danke.